Er meint, das ist nötig. Shirayuki wird von irgendjemandem bedroht. Eigentlich will er sie doch gar nicht gehen lassen. Pass gut auf dich auf. Lasst uns kämpfen. Wenn ich gewinne, lasst ihr mich das Fräulein nach Tanbarun begleiten. Wenn ihr es nicht könnt, dann möchte ich derjenige sein, der das Fräulein an eurer Stelle beschützt. Zen, ich würde gerne was Persönliches von dir mit nach Tanbarun nehmen, wenn es dir recht ist. Shirayuki? Shirayuki! Nein! Abi! 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 Habt ihr Shirayuki noch immer nicht gefunden? Ich erteile dir nicht die Erlaubnis nach Tanbarun zu rein. Aber, Bruder! Wenn ich zurückkomme, kriegst du sie wieder. Du wirst gut, als wieder zurück nach Hause kommen. Shirayuki! Wart auf mich, ja!